Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Commander-Video. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In ein paar Tagen geht es ja schon mit dem neuen Kamigawa-Set los. Da wollte ich hier noch kurz erwähnt haben, falls ihr da Bock drauf habt, unsere aktuelle Podcast-Episode dreht sich nämlich komplett um Kamigawa. Natürlich sind da auch noch ein paar andere Neuigkeiten mit dabei, aber wir besprechen wirklich einiges zum Thema Kamigawa, Mechaniken, Limited, Einzelkarten, was uns besonders gefällt, was uns nicht so ganz gefällt. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Wirklich eine Empfehlung. Das Einzige, was eben im Podcast für mich persönlich so ein bisschen gefehlt hat, war eben das Commander-Format. Da bin ich nochmal schön den kompletten Spoiler in Ruhe durchgegangen, hab mir wirklich meine Favorites im Bereich Einzelkarten rausgesucht und hab uns da einfach mal ein schönes Video zum Thema Commander vorbereitet. Hören wir uns das Ganze mal an. Viel Spaß! Das neue Kamigawa hat auf jeden Fall einen Haufen spielbarer Einzelkarten. Das wollte ich hier auf jeden Fall kurz vorweg erwähnt haben. Das ist halt auch wirklich interessant für das Commander-Format. Hier nur als kleines Beispiel der legendäre Drachen-Cycle. Das ist natürlich ein Kamigawa-Klassiker, hat mir persönlich super gut gefallen. Die Karten sind jetzt an sich halt nicht super speziell, sind natürlich Drachen, kann man immer in einem Drachen-Tribal-Deck zum Beispiel spielen. Aber so an sich sind es halt einfach super brauchbare Einzelkarten. Auch der Einzelkartenwert ist wirklich bei vielen Karten recht solide, würde ich mal sagen. Klar, man kann jetzt noch gar nicht sagen, wie sich das Ganze entwickeln wird, aber so mein erster Blick, als ich mir wirklich alle Einzelkarten angeschaut habe, viele spielbare Karten mit einem gewissen Einzelkartenwert. Also das ist wirklich sehr cool. Ich meine, vielleicht wollt ihr ja auch ein kleines Draft-Event spielen, allgemein Limited-Events, vielleicht möchtet ihr auch einfach selber ein paar Booster aufreißen. Und wenn man eben schon ein paar Commander-Decks hat, eben solche Einzelkarten, die kriegt man wirklich super gut untergebracht, wollte ich hier einfach mal kurz erwähnt haben. Als nächstes habe ich hier drei Karten für den Enchantress-Arc-Type. Das Ganze wird also jetzt ein bisschen spezieller. Enchantress so an sich quasi das Verzauberungen-Tribal-Deck von Magic. Ich bin ja wirklich super großer Fan. Auch hier für den Arc-Type gibt es wirklich viele spielbare Karten. Gerade der Effekt ganz links vom Naturalisten, eine 2-Mana-Kreatur, 2-2-In-Bonus-Effekt und macht eben alle Verzauberungen bei uns 1-Mana preiswerter. Das gibt es ja schon wirklich oft bei Magic. Aber so eine Karte kann man halt immer mitnehmen. Wollte ich hier nur kurz erwähnt haben. Aber die beiden Rare-Karten, falls ihr euch eben für den Arc-Type interessiert, die kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Haben mir persönlich sehr gut gefallen. In der Mitte der Schlangendruide quasi das Panharmonikon für Verzauberungs-Decks. Gerade Panharmonikon, so Enter-the-Battlefield-Effekte verdoppeln, finde ich halt sowieso super cool. Und dann eben das Ganze hier für Verzauberungen, wenn man mal eben so ein schönes Enchantment ins Spiel bringt, vielleicht ein Removal-Enchantment, ne, Enter-the-Battlefield-Effekt, einfach kopieren, 2 Karten bei den Gegnern schön ins Exil schicken. Das kann halt ordentlich Vorteil machen. Also der Weaver, wirklich eine schöne Karte. Könnte auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber auch die Mono-Weiße-Karte, Light Paws, der legendäre Fox Advisor, eine super gute Karte. Man kann eben immer noch zusätzlich Aura-Karten aus dem Deck rausholen. Man muss natürlich auf die Mana-Kosten achten. Auch muss es immer eine Aura mit einem verschiedenen Namen sein. Und das ist natürlich gar kein Problem. Im Commander-Deck dürfen wir halt jede Aura eh nur einmal im Deck haben. Und dann eben schön Mana-Vorteil generieren. Über Light Paws immer zusätzlich noch Bonus-Auren raussuchen. Eventuell noch mehr Bonus-Effekte aussuchen. Auch je nach Spielsituation genau die passende Aura für unsere Kreatur raussuchen. Also wirklich ein super guter Effekt. Noch eine schöne 2-Mana-Kreatur. Gerade der 2-Mana-Bereich vom Enchant-Fest-Deck, der ist halt wirklich schon super gut. Da gibt es super viele starke Karten. Aber hier die 3 wirklich nochmal schöne Karten. Wobei natürlich Snake Druid in der Mitte, der Weaver und Light Paws auf der rechten Seite. Hier für den Arc-Type. Auf jeden Fall meine Favoriten. Dann haben wir hier noch eine schöne Karte für alle Artefakt-Fans, die gerade zuschauen. Der Scrap Welder für den 3-Mana-Bereich. Ich finde die Karte super cool. Eine Bonus-Möglichkeit, um eben nochmal Artefakte aus dem Friedhof zu recyceln. Da gibt es ja auch wirklich super coole Decks. Ich kann mir den Scrap Welder super gut in einem rot-blauen Deck. Schön Artefakt-basiert. Vielleicht auch mit dem neuen Tessaret vorstellen. Ich persönlich würde das Ganze in einem mono-roten Deck spielen. Ich habe halt bei mir schon lange immer ein Daretti-Deck gehabt. Blende ich euch auch nochmal kurz ein. So ein schönes Daretti-Goblin-Welder-Plus-Scrap Welder-Artefakt-Tribal-Deck. Da kann man wirklich coole Sachen mitmachen. Der Scrap Welder wirklich nochmal eine schöne Ergänzung. Eben für alle Artefakt-Decks. Den wollte ich hier auch auf jeden Fall erwähnt haben. Dann müssen wir uns natürlich noch die neuen Ninja-Karten anschauen. Die dürfen natürlich bei einem Kamigawa-Video auf gar keinen Fall fehlen. Ich würde schon fast so weit gehen und würde sagen, in einer guten Commander-Sammlung darf das Ninja-Deck auch nicht fehlen. Ist wirklich ein sehr cooler Kreaturentyp bei Magic, muss ich sagen. Ich finde es halt super cool. Kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Hier die Yuriko. Die hat man halt schon wirklich oft in Aktion gesehen. Wenn irgendwo am Tisch ein Ninja-Deck ist, Yuriko ist vermutlich der am meistgespielten blau-schwarze Commander. Eben wenn es um das Ninja-Deck geht. Die kann man auf jeden Fall immer zocken. Sie ist natürlich jetzt nicht in der neuen Edition enthalten. Ich wollte sie einfach mal erwähnt haben. Aber Yuriko kriegt auf jeden Fall ordentlich Unterstützung. Besonders hier in der Mitte Satoru. Den kann man auf jeden Fall auch als Commander spielen. Unten die Fähigkeit ist natürlich besonders interessant. Alle Kreaturen-Karten in unserer Hand kriegen den Jutsu für 4 Mana. Also man kann halt das klassische Ninja-Deck aufbauen. Und dann einfach noch so ein bisschen wie in einem Reanimator-Deck. Einfach die übertrieben teuren Finisher 8, 9, 10 Mana. Völlig egal. Die werden alle zum Ninja. Können dann schön für 4 Mana ins Spiel gebracht werden. Also das kann halt ordentlich reinhauen. Wirklich eine gute Karte. Kann man ja bei dem Deck haben. Yuriko und Satoru. Kann man schön hin und her wechseln. Je nachdem wie man gerade Bock hat. Also wirklich eine schöne Kreaturen-Karte. Aber auch hier rechts der Ratten-Ninja. Auch super cool. Kann halt ordentlich Kartenvorteil generieren. Exile halt auch immer, wenn sie eben Kampfschaden macht. Eine Karte von jeder Bibliothek. Also schön das Multiplayer-Wording. Kann man toll im Commander-Format einsetzen. Einfach eine nette Karte, um eben Kartenvorteil zu generieren. Nur auf der linken Seite, Kaito. Natürlich super gut im Ninja-Deck. Aber so ein bisschen auch wie bei den Drachen. Halt ein bisschen spezieller. Einfach eine gute Einzelkarte. Macht halt unblockbare Kreaturen. Das ist halt alles super gut. Es passt einfach vom Fähigkeiten-Paket. Und dann eben ein 3-Mana-Planeswalker, den man schön schnell ins Spiel bringt. Wirklich eine gute Karte. Also insgesamt die Ninjas mit Kamigawa. Die kriegen wohl die meisten Upgrades im Commander-Bereich. Will ich mich mal nicht beschweren. Dann auch hier auf der nächsten Seite der Ein-Mana-Ninja, der nochmal Kopien macht von anderen angreifenden Kreaturen. Auch super, super stark. Dann der kleine Ratten-Ninja. Ich mag ihn wirklich super gerne. Ein 2-Mana, 2-2-er-Lord, der eben auch noch alle Ninjutsu-Fähigkeiten preiswerter macht. Für eine Ankam-Karte halt richtig gut, habe ich mir gedacht. Und der Curt-Yard passt natürlich auch super in andere Tribal-Decks. Also wirklich ein super starkes Ankamm-Land. Das würde ich auch auf jeden Fall der Sammlung hinzufügen. Also insgesamt hier wirklich eine gute Auswahl. Als nächstes haben wir hier noch eine Einzelkarte, die ich wirklich gerne mal in blauen Commander-Decks ausprobieren möchte. Der Reality-Chip. Wirklich eine interessante Fähigkeit. Halt wieder so eine ganz nett spielbare Einzelkarte. Auf jeden Fall keine Pflichtkarte. Da muss man sich jetzt auf jeden Fall keinen Stress machen. Aber wieder eben ganz nett, wenn man die irgendwie bekommt. Vielleicht mal einen Draft so mitnimmt. Ich meine, der Effekt ist halt wirklich interessant. Vorausgesetzt, man spielt eben nicht grün im Deck. Dann gibt es schon ein paar Alternativen auf jeden Fall. Besonders interessant ist halt hier der Part, dass wir Länder von unserem Deck spielen können. Natürlich dürfen wir auch Zaubersprüche wirken. Macht die Karte natürlich nochmal ein Stückchen besser. Aber gerade so ein monoblaues Deck, vielleicht blau-rot, wo man eben nicht ganz so gut die Länder vom Deck wegbekommt. Solche Effekte sind halt wirklich, wirklich super brauchbar. Wenn die Runde mal ein bisschen länger dauert, man zieht halt eben konstant keine oder kaum noch Länder nach. Wir können die Länder einfach immer vom Deck spielen. Schauen, haben wir einen schönen Zauber, wollen wir was von der Hand ausspielen. Macht halt auch irgendwie ganz gut Vorteil. Also jetzt wieder nicht die super krasse Karte. Aber die sollte man wirklich auf dem Schirm haben. Würde ich gerne mal ausprobieren. Hier die nächste Karte. Die habe ich eventuell schon ein paar Mal ausprobiert. Ich mag die Karte persönlich super, super gerne. Natürlich nochmal eine alte Kamigawa-Karte. Sieht man ja auch am Editionssymbol. Aber wir haben jetzt eben die Möglichkeit auf ein neues Commander-Deck. Da habe ich direkt mal eine Idee vorbereitet. Und hier eben, hier die Zugo Second Ride so an sich. Ich mag die Karte einfach. Nicht die stärkste Commander-Karte. Aber wenn es eben mal klappt, wenn man damit die Leute abschießt. Wirklich super, super cool. Dann wird man ja quasi doppelt belohnt, denke ich mir immer. Also das muss halt nicht immer klappen. Aber wenn es klappt, dann scheppert es halt richtig. Und warum habe ich euch jetzt die Karte gezeigt? Wir kriegen halt die passende Karte. Die legendäre Kreatur jetzt mit Kamigawa. Hier die Zugo selber. Schön der legendäre Ogre-Dämon. Da habe ich richtig Bock drauf, da mal ein Deck zu bauen. Wie gesagt, ich habe direkt mal ein paar Ideen mitgebracht. Hier gibt es halt eine 4-Mana, 4-4er-Kreatur. Für einen Mana können wir eine Kreatur opfern. Bekommen dann Hellsicht 2. Da kann man wahrscheinlich auch ein schönes Budget-Deck drum bauen. Mit den roten Karten die Kreaturen der Gegner klauen im Deck. Einfach die stärksten Karten übernehmen. Die Spieler angreifen, die gerade keine Verteidigung haben. Und natürlich, bevor die Kontrolle der Kreaturen wieder an die Gegner geht. Einfach schön weggeopfert in den Hedetsugo rein. Hellsicht 2 mitgenommen. Also Kreaturen übernehmen und wegopfern. Das ist ja wirklich der Klassiker der Rakdos-Farbkombination, würde ich mal sagen. Das geht natürlich immer. Wollte ich hier nur kurz erwähnt haben. Allerdings, ich persönlich, finde unten die aktivierte Fähigkeit einfach viel interessanter. Super cool. Ähnlich wie beim Second Ride. Das kann natürlich auch gar nicht klappen. Gar nichts machen. Ich meine, man kann immer noch Bonus-Karten generieren. Hier über die aktivierte Fähigkeit. Also irgendwas macht man halt immer. Man muss sich aber ein bisschen gedulden. Es klappt nicht jedes Spiel. Allerdings, wenn es klappt, dann scheppert es halt richtig. Man kann ja so ein bisschen sein Deck manipulieren. Und wenn man dann eben eine Karte ins Exil schickt, eine Nicht-Land-Karte, hier der Zugo schießt, halt immer so viel Schaden, wie die Karte Mana gekostet hat, auf irgendein Ziel. Also auch direkt auf unsere Gegner. Wenn man dann schöne, richtig teure Karte aufdeckt, dann kann man halt mal komplett eskalieren. Durchaus mal 10 oder mehr Schaden vielleicht schießen. Hier ein kleines Beispiel aus der aktuellen Edition. Die Karte ist halt direkt mit dabei. Die Singularity. Also kann man direkt perfekt kombinieren. Ich meine, so eine teure Karte, wenn man die später auf der Hand hat. Ich habe extra Karten rausgesucht, die irgendwie noch billiger werden. Also solange sie auf dem Deck liegen. Hier die Singularity mit hier der Zugo aufgedeckt. Schön 10 Schaden auf den Gegner geschossen. Wenn man die Karte einfach so auf der Hand hat, können wir sie eben preiswerter machen, um in diesem Fall nochmal 10 Schaden zu schießen. Das ist halt schon recht ordentlich, würde ich sagen. Also ich habe uns hier so ein paar Karten rausgesucht. Als Beispiel, Vulcanic Selvo und der Bedlam-Reveler. Aber solange die auf dem Deck liegen, hier die Zugo schießt, massiv Schaden. Und wenn wir die Karten später irgendwie haben oder auf der Starthand auch haben, dann werden sie eben auch ein bisschen preiswerter. Fand ich einfach super cool. Solche Decks sieht man halt nicht ganz so oft. Ihr könntet zum Beispiel auch hier die Avatare mitnehmen. Avatar of Fury und of Woe. Quasi die rote und die schwarze Variante. Die werden später schön preiswert. Jeweils zwei sehr starke, zwei Mana-Kreaturen. Aber solange sie eben auf dem Deck liegen. Vielleicht mal schön mit hier die Zugo aufgedeckt. Acht Schaden geschossen für drei Mana. Eine Bonuskarte rangeholt. Fand ich einfach super cool. Also klar, man kann natürlich Kreaturen übernehmen und wegopfern. Ich würde aber wirklich all in auf die zweite Fähigkeit gehen. Klappt natürlich nicht immer. Aber wenn es klappt, das ist genau mein Deck. Dann scheppert es ordentlich. Wollte ich euch hier noch kurz vorgestellt haben. Und das Ganze hier an der Stelle auch beenden. Mit der Frage, wie immer an euch. Auf welche Karten freut ihr euch denn am meisten? Besonders das Commander-Format interessiert mich natürlich hier unter diesem Video. Lasst einfach mal ein paar Infos da. Ich bin super gespannt, welche Karten euch da am besten gefallen. Aber ja, Leute, an der Stelle kann ich euch erstmal nur noch einen wundervollen Tag wünschen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.